willkommen zu einer weiteren folge hier auch bei zeffen sie so die wir machen weiter und buddeln uns zum ölschirm vor ich will hier nicht ohne nach haus gehen denn das ist mittlerweile knapp also benzin haben wir noch ein bisschen da aber das war ich nicht lange die rauchen viel benzin auch für mobil fahren weniger aber auch aber in erster lief unseren erdbohrer der braucht ja viel benzin mit dem können wir halt relativ viel abbauen an steine erz auch blei kohle doch erst mal ein erdbohrer das ding überhaupt hoch habe ich verlaufen ein bisschen eingehen können so die richtung ist so wie sind wir rein söhne sagt das sind wir da geht es hoch schon wieder alle die richtung da wo oben symbol ist also mine dann müssen wir hin kurz mal einkaufen kann ich mir beizielen war ja dicht bei wie gesagt in not gerade von oben ein bisschen gewinnen können also nicht viel aber ein bisschen kommen ja eine weile hin noch kein gold gefunden noch kein silber naja das ist ja auch selten normalerweise ne der ist ja nicht so teuer das ist ja auch selten so noch kein viel stein die färbung ändert sich ein bisschen werden wir aufleveln heute über mir ja und habe ich schon aber über mir über mir das ding und nicht da so wieder kaputt ja ich kann noch ein neues war nur für die teile für der mann dieser neue montur hat mir mein mein schroth hieß ging es auch wer die kursanlage irgendwo ein bisschen öl tüger finden Das ist der perfekte Unterschlupf, ne? Wüsten-Tour, hier ein Lagerfeuer machen, da können wir hier notfalls eiernacht verweilen. Aber die Tür ist nicht sicher, das ist unsicher, das ist ein bisschen zu schwach. Aber eine starke Tür hilft auch nicht, man muss in dem Prinzip irgendwie die Möglichkeit haben zu schießen, ne? Man muss mal anklopfen, dass man die erschießen kann, ne? Da ist was. Da sieht man so aus. Das sieht nur so aus, aber es ist noch Stein. Wettlose Plunder, na ja, wie machen wir so Beton, ne, aber, wenn wir darauf Fruchtzahn machen, Mischer, brauchen wir auch immer zum Beton. Strukturbeam, kann man schön unterscheiden auf einer Höhe, ne? Strukturbeam, kann man schön unterscheiden auf einer Höhe, ne? Strukturbeam, kann man schön unterscheiden auf einer Höhe, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da ist Ölchieber, stimmt. Das ist der Atemersamt, glaube ich. Aufpassen. Das ist aber andere Strukturen, ne? Geht aus wie Sand, aber ist aber Felsen, ne? Aber kein Rüchieber. Gut, machen wir andermal weiter. Wir sind oben. Mal schauen, dass wir da was kriegen. Äh, über... Rolte ich in die Richtung. Das ist bombensicher, habe ich gut gemacht, ne? Weil wir in den Aufstieg verwehrt. Über den Tag nicht leer war. Da hätten wir noch mal zur Hand hochbuddeln müssen. Jetzt kicke ich. Immer einen Weg schaffen nach unten, ne? und vor allem nach oben gut gewehr nachladen weiß ja nie dann müssen wir hier weg waren hier oben war ja nichts da unten so haben wir schon 4.000 kommen hier unten war ich gewesen aber scheinbar bretter so zu dem gebäude erfahren er hat bieter bieting heißt hier ohne leeren tasche und gefahren damit lernt das nicht fahren es auch ein mensch ist junger und leite besuchen hier hier zurück in heiß böse geräusche ich mir vervielte wird hier nicht gerechnet ist baufällig leer bleib liegen blaubeeren gebraucht kann ich jetzt herstellen die samen dafür hier hier kassel leer müssen wir gucken was wir finden hier also da ist die hier messen wasserbehörde erbauer also das brauchen wir nicht die klose suchen nicht notwendig so mal gucken was können wir noch anbauen das holz ne ja 2 2 2 3 2 3 3 5 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 5 7 7 7 9 9 10 10 11 11 11 12 12 14 15 14 12 12 15 15 15 15 15 20 15 15 ich habe ja alles schon das einzige problem das ist gut na ja na ja ich hab nicht alles mitnehmen sollen das schwierig ist ja anscheinend das zeug mal trinken ist alles gut schlange wenig erfolg beim schießen im auge behalten ist gefährlich bin zwar nicht ganz sicher wie gefährlich ist aber mit schlangen würde nichts zu tun haben so sie sind vollgepackt wie uns das heißt sie fahren zurück das blöde ist hier autos und da wollen wir ganz kurz ja steine ganz schnell wieder zurückgepackt wenn wir wieder zu hause sind gut weiß ich ob die aufgabe noch zählt soll mein huhn naja umbringen jagen ne ein luftkühler ein motor und teile elektrik so ich komme bist du die 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 Gute Nacht, das Huhn hat sich verpisst du, ist immer noch heiß. Die Schlange sehe ich, aber Huhn nicht. Kaktus, glaubst du gar nicht. Aber der Kaktus. Karte gucken, das könnten wir gleich mal erkunden. Auch so ein Moped, Ruhnen finden wir jetzt sowieso nicht. Das war auch so schnell. Oh, hier noch ein Kaktus. Verschweinung. Ich bin ja nicht neugierig, ne, was hier noch ist. Ah, der Tank ist gut gefüllt. Bisschen Sprit habe ich noch bei mir. Das hatte ich noch nicht wahr, deswegen bin ich neugierig. Kreuzburg. Da hast du ja auch eine Gegend. Kein Geier hier, wundert mich aber. Wie lange hat es hier nicht aus? Nur mal wollte abhauen. Wo geht das denn hier hin? Das ist ein bisschen komisch, ne? Das ist ein bisschen komisch, ne? Das ist ein bisschen komisch. Aber wir sind, äh, vollgepackt, ne? Dann sag ich doch, der Geier ist dann hier. Ja, aufgefahren, du. Wo gehst du denn hier hin? Mal gucken, ne? Bin ja nicht neugierig, aber wissen schon. Ein Städtchen. Ein Haus. Eine Kapelle. Ein großes Haus. Ein Hotel. Im Schatten ist gut, ne? Wir wollen ja wieder zurück, irgendwie, ne? Oder... Müssten wir die andere Richtung fahren? Weil reingehen hat keinen Zweck. Wir sind ja eh vollgepackt. Wir fahren in die Richtung. Grob gesehen Richtung Heimat. Das ist so lästig ein Vögelheberauto. Aber hier ist es ein bisschen zu heiß. Ja, normalerweise würde ich heute ein bisschen kitzeln, aber... Das ist so lästig. Haha. Sei gegrüßt. Alter, alter Krupser, wie heißt der noch gleich? Kotz der ist es nicht. Und jetzt hier schau ich das. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das wäre doch hochinteressant, ne? aber wir sind aber vollgepackt das ungünstig wenn was mein ding in ruhe für die türgriff so was uns handhaben ist heiß hier legen wir noch und dann haben wir ruhe ich kann ein bisschen xp gebrauchen ich glaube die keine munition haben 1 1 punkt ich glaub's nicht ich brauche mindestens drei oder vier besser als sogar acht so wie es heißt aber hier wenn man eine base noch schön mal hinkommen kann ja du wüsstest heiß das problem muss immer geplant hierher gehen also jetzt fahren wir mal zurück und ich verabschiede mich heute ja morgen geht es ja weiter hier bei der ZEF-NZUDI muss ich mal schauen wir haben jetzt viertel drei ich fahre noch zurück und dann sehen wir weiter tschüss und tschau ja morgen wie so geht es weiter tschüss und danke fürs reinkommen